Der Himmel verfärbt sich langsam rosa, wir haben den 7. November 2022. Hier ist noch ein Raben. Hier oben ist noch einer. Hier oben sind wir. Ich glaube das sind alle hier oben. Jetzt ist es 1908, wir haben den 7.11. 2022. Ich glaube heute kann ich mehr Naturvideos machen als sonst. Als in den letzten zwei Tagen, weil es schon so gut startet. Vielleicht kommen die Pflege noch ein bisschen mehr vorne. Die ist hier oben wahrscheinlich. Gut.